Hallo und herzlich willkommen zurück beim epischen Let's Play Minecraft. Dabei der Chris. Hallo. Und ich wollte mal sagen, joinen wir auf den Server. Genau. So. Wir haben ja jetzt, ähm... Alter, da hängt gleich mal drei Zombies in der Tür, wenn man... In der letzten Folge hatten wir ja, ähm... Ja, ähm... Chris, geh mal zurück. Ich klär das. Nee, ich mach das selber. Nein. Ich hab's angefangen zu... Oh. Okay, okay. Handu mit deinem Steinschatz, sag ich, ich klär das. Ich klär das. Mit der Russenbeschut abgebaut. Oh. Diese Versicherungsvertreter, ja. Nee, ich hab ja sogar noch... Äh... Nee, nee, der lacht da, der lacht da. Achso. Äh... Das wollte ich schon noch gesagt haben, aber ich hab' ich vergessen. Und da sind wir auch noch in den Sonnen. Alter, das sieht schön aus. Es ist viel gewachsen. Das ist gut. Ich muss mal gucken, ob wir noch was gelegt haben an Eiern. Das wäre jetzt super, da können wir richtig viel Kürbiskuchen machen. Hm. Nee, weil ich war ja in letzter Zeit mal immer mal so einfach, wenn ich nix gemacht hab' auf dem Server und hab' nix gemacht, damit das so wächst, das Getreide und so, weil... Das dauert sonst einfach zu lang. Das dauert ewig. Na gut, das ist noch nach den Aufnahmen teilweise dann auch. Nach den letzten... Ja, nein, das mein' ich ja, das mein' ich ja, deswegen... Und für gewisse andere Dinge. Naja, wo... Wo ihr dann... Ja. Wo wir dann immer noch so ein bisschen gequatscht haben und so, da... Boah, Hendrik meistens schon immer vom Server runter, ich war halt noch ein bisschen drauf, damit das wächst. So, ich würd' mal sagen, ich bau' das mal alles ab. Was? Die ganzen Körbisse. Soll ich da mein Getreide auch schon mit... Nee, ja, komm, komm' eigentlich auch schon alles. Komm' ich ernten. Aber nur das, was noch nicht... Auf allem das Ganze wieder draufsehen, ah, das macht ja Spaß, ach Mensch, wie toll. Mal, ich leg' mir mal die Samen schon bereit. Wofür denn? Achso, Körbissamen oder was? Oh, falsche Samen. Ich hab' nicht Körbiskanne. Ups. Mal, ich... Ich bau' mal eins ab. Ich nehm' ein anderes Feld mal. Ich nehm' mal ganz hinten eins von dem... Das ganz hinten das Feld, nehm' ich mal. Mir ist mir egal, wir werden alle ernten. Es ist wie krass wir das einfach übertrieben haben, ja? Mit diesem Feld, das ist so monströs groß. So allgemein, dieses komplette Feld ist so monströs. Und meine Minecraft hing grad' irgendwie. Negröße, jetzt nicht runter verliegen. Ich hoff's nicht. So. Was ich auf jeden Fall noch gern hätte, wären... Wäre eine... Ja, eine Karotte, dass wir hier ein paar Karotten noch einpflanzen könnten und auch Körbillen wären cool. Ja, vor allem auch, oder unter anderem auch für eine Züchtung von... Schwein. Das wäre... Super. Auch bis zu drei Minuten am Aufnehmen. So, die Welt wird gespeichert. Wurde gespeichert. Ach, hast du eigentlich ein... Hm? Ich wollte einen Timer noch setzen. Hab ich schon gemacht, hab ich gemacht. Jetzt wüsste ich nicht, dass es drei Minuten sind. Ja, ich würde aber trotzdem gerne auch noch dafür... Ich mach das gerne für mich auch noch mal. Ja, wir sind grad bei drei Minuten. Ich merk's mir. Ohne Intro, ja. Oh ja, die sieben Sekunden, mein Gott, oder neun. Anders, du eigentlich getrennest, bitte oder nicht? Acht... Acht, Komma Irgendwas Sekunden. Naja, die... Ja, ich hab das mal... Das sind wirklich... Bei mir wird's mal angezeigt als neun Sekunden, aber ganz genau sind's acht, irgendwas. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie viel das war. Ich ernte grad hier drüben ab, ja. Ach so, okay. So, ich hab kein Bock, die Fähne mehr zu bepflanzen. Soll ich das machen? Nein. Nicht pass. Oh. Dann hörst du mal auf, ey. Alter. Alter. So, ich hab jetzt ein Stack Weizen und 30. Nicht schlecht. Hm, kannst du mir denn alles geben, dann mach ich das alles. Dann kannst du alles gleichzeitig verkraften. Du... Du hast da was kaputt gemacht, irgendwie. Was willst du denn verkraften? Ja, das... Weizen. Wozu denn? Also, du kannst du selber dir die Brote machen, wenn du möchtest. Ich möchte die gerne... Vorne und freundliches Angebot ist meinerseits, ja. Nicht gleich wütend werden. Nee, du sollst bitte die Arbeit machen und ich mach dann den ganzen anderen, ne? Und so. Nee. Ach, wenn du das machst, dann antichelt derweite Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr brauchen wir auf jeden Fall noch. Okay, ich hab jetzt... Ja, du musst mal den Rest noch machen. Ich hab keinen Samen mehr. Ach, Junge. Hier. Wo bist du jetzt? Ich steh hinter dir. Jetzt pass auf den Zombie auf, der dich gleich von hinten angreifen wird. Ja, ja, ist... Ja, ja, ist... Ja, ist... Ja, ich bin total unorganisiert, so, mehr oder weniger. Alter, was macht denn der von Schaden? Hab ich auch gefragt. Der hat sich angebrannt. Ich hatte mich auch gerade angebrannt. Glaube ich. Oh, noch ein Körbis fertig geworden. Also, du kannst das in Zuckerrohr irgendwo mit... Ja, jetzt hab ich hier noch ein Holzschwert. Na gut, benutze ich das mal. So, ähm... Ach, hier hab ich mein Weizen wieder. Hast du mein Weizen da aufgesammelt? Nein. Ich hab 64, nochmal 46. Okay, dann wär ich wahrscheinlich... Weil ich wahrscheinlich... Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Nochmal in den Grab gucken müssen. Was ich sowieso jetzt mache, wegen des Zuckerrohrs. So. Äh, ich hab nur... Hä, ich hab nur 31... Ach, da oben ist das... Okay, ist alles da. Da sind noch Samen. Hast du, sag ich, genug Samen? Ich hab dir noch was... Ja? Ich habe... Keinen Samen, ja. Aber in der Kiste sind noch welche, glaube ich. Na, hast du jetzt, äh... Alles bepflanzt? Ja, ich hab alles bepflanzt. Hast du super. Weil ich hätte dir extra was gegeben zur Pflanzung. So. Ja, ich weiß. Ich würde sagen, also am besten wäre es vielleicht, wenn wir mit dem Keller anfangen, für... Hast du noch ein Ei? Ich hab zwei. Gib mal ein... Das war jetzt kein... Ich hab... Das war kein Witz. Ich hab wirklich zwei Ei, das war... Ja, wirf mal ein... Ich hab gar nicht so gedacht. Und dann noch, ähm... Sechs Zucker, bitte. Bräuchte ich. Dann könnte ich 16 Globuskuchen machen. Nein, das war zu viel. Ich glaub. Nee, das ist Zuckerrohr. Na ja. Da hast du gleich Zucker draus. Ich hab das gerade einmal schon drin, so. Äh... Oh, Alter, ich bin überfordert, so. Zucker. Äh, da. So, ich packe mal Zuckerrohr einfach mit hier rein. Hier unten bei Essen. So, willst du den Kürbiskuchen haben? Äh, warte so. Oder willst du lieber Brote? So. So, und die Samen tue ich mal erst mal mit hier rein. Ich nehm mal kurz das Weizen raus. Äh, ich hätte... Ja, es wär gut. Super. Äh... Super, das geht ja komplett auf. Äh, das mag ich auch mal nicht, wenn man Brote hat und das nicht aufgeht. So. Äh, möchtest du die 64 plus 6 Brote, also 70 Brote? Nein, es reicht, wenn du mir... Meinetwegen 30 gibst oder so. So, den Rest tue ich mal hier rein. Na, ist voll klar. So, ich hab ja... Ich würde jetzt behaupten... Ich nehm mal den Kürbiskuchen. Ich würde behaupten, es wäre jetzt das Geist, wenn wir mit dem Keller anfangen für die Drohne und so einen Scheiß. Weil sonst sieht's da oben in... Naja, weniger als 5 Folgen so aus wie bei... Ne, ne, und so. Weißt du direkt, wie ich meine? Und deswegen dann zu regnen und... Ja, also ich könnte ja... Ja, also ich könnte ja natürlich die diverse Befehle nutzen, aber das machen wir ja nicht. Ähm, ich würde sagen, wir bauen die Treppe zum Keller einfach mit hier unter die Treppe. Wollte ich mal so behaupten. Naja, ich guck gleich, was du meinst. Ja, komm mal aus. Ähm... Soll ich ein paar Treppen machen? Ja, ich hab nur 8 Holz gerade, weil ich das hier abgebaut habe. Ich hab mein Holz oben. Das ist, weil ich zur Frau war, das einzusortieren, das müssen wir alles machen. So, und ich würde sagen, wir machen dann sozusagen den Keller so groß wie die Grundfläche vom Haus. Und wenn es zu groß ist, kann man es immer noch wieder kleiner machen, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Hm. Ähm... Gut, ja, hier ist dann... hier wäre dann Boden. Naja, das ist... Ich leg's mal hier Parkett zu zeigen. Mach mal jetzt, du hast du das... Bist du nur ein Zweier? Machen oder was? Was? Bist du nur ein Zweier? Oh, das hab ich auch die Kräule nicht bedacht. Ich dachte gerade eben. Ich fände hier und dachte mir, hm... Nee, dann musst du... Bei der Treppe doch einmal da runter. Ähm... Wollen wir die Wände dann im... Ding ist da im Keller... Wollen wir die aus Holz auch machen, oder... Ja, gar nicht so. Ähm... Wollen wir die aus Holz eigentlich schon. Gut, dann könntest du ja derweil den Grundriss vom Keller schon mal ab... ...tragen... ...und mitwenden, oder? Ich hab ne Frage an dich. Wollen wir mit Slaps abbreiten? Ja, ich arbeite gerade schon mit Slaps, aber das ist jetzt so scheiße. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da los? Hier setzt man verkehrt rum, Treppen rein oder sowas. Bei den Treppen... Ja, naja, aber da kommen wir ja nicht mal runter. Ja, dann lassen wir das einfach erst mal. Dann setze ich die Treppe noch ein, zurück nachher. Okay. Dann würde ich jetzt derweil eine Holzfarm gehen. Ich trage das mal mit Wand schon ab. Oder? Ja, das wäre super. Ähm, dass du das sozusagen so groß halt wie der Grundriss vom Haus machst, ne? Oder? Wollte ich das mal so sagen? Mhm. Und du kannst ja auch gerne eine Eisendspitze machen. Wir haben ja genug. Und ich gehe da mal Holz machen, weil ich glaube, das ist jetzt eher uninteressant für die Zuschauer. Das kann ich ja machen. Da gehe ich ja nochmal. Und nehmen wir... Also Birkenholz haben wir hier eigentlich genug rumstehen hier hinten in dem Wald. Wollen wir Birkenholz oder Eichenholz nehmen? Na, eigentlich ist ja Eiche besser, aber du kannst doch, wenn du sagst, du kannst sein flexibel Birke holen, dann kannst du auch Birke holen, dann machen wir... Dann machen wir ein Parkett aus Birke. Vielleicht. Ich will die Wand aus Eiche machen. Oder willst du dann alles aus Birke? Nee, nee, ich bin ja eigentlich sowieso nicht so ein Birkenfan, aber okay, ja. Ich bin auch kein Birkenfan. Deswegen sage ich das. Also als Birkenbaumstimmer, das Thema hat mir, glaube ich, schon mal sieht es da ganz nett aus, aber das Holz finde ich scheiße. Ich arbeite ja auch gerade selber an dem Textjob-Pack. Ja, das kommt ja irgendwann mal. Und... Nee, ich war nicht wie ich so. Birkenholz... Keine Ahnung. Man ist halt gewohnt, dass es herlässlich ist, das ist schon schwer. Ja, so, wenn man es sonst erst schlägt mich. Chris, wenn du tot sein solltest... Nee, komm am besten noch mal zurück und mach dir eine Rüstung. Nö, nö, alles super. Sollten wir mal Angriff nehmen, das wäre mal eine Rüstung. Ja, toll. Ich mach... Ich geh mal schnell hoch und mach mir schnell... Eisenschaufel. Super. Wie viel... Hatte ich einfach nur Abtrag hier? Das ist das Erste, was... Was wir auf jeden Fall einlagern werden. Ja. Ich mach mir gleich mal zwei Schaufeln. Ich glaube sogar, dass der Keller dann sozusagen erst in der zweiten Folge fertig werden wird. Also in der zweiten Baufolge jetzt vom Keller. Also in der nächsten Folge fertig werden wird. Wir sind jetzt schon bei elf Minuten. Zwölf Minuten. Ja. Jetzt bei neun Minuten. Ja, wir sind bei zwölf Minuten, ja. Mann, das geht ja schnell voran. Ich hab ja gerade so ein Festplattenproblem. Gebe ich mal zu. Weil ich viel vorproduziert habe einfach. Das ist alles noch auf der Festplatte. Ich bin gar nicht zum Schneiden gekommen bis jetzt. Das wäre das jetzt eigentlich schon das meiste hoch... Also sozusagen am Hochladen. Aber jetzt wird's grad dunkel. Okay, dann lauf mal schnell zurück und dann legen wir uns mal schnell ins Bett. Ja, ja. Ich mach nur noch den Stack schnell voll. Super. Wir machen das so groß wie der Geld. Wie der ganze Unterraum ist okay. Hab ich das hier. Mal machen wir das, 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 das. Gut, als ich dann... Hm. Es kommen auch wieder dann... Sagen wir jetzt erstmal wieder so eine Bauphase, wo wir sozusagen das Haus ausbauen. Nur zur Erklärung, dass wir so eine kleine Bauphase machen und dann kommt auch mal wieder... Dass wir mal wieder ein bisschen ein Höhlenturm machen oder... Oder mal so ein paar Volk vielleicht draußen rumrennen, ohne ins Bett zu gehen. Und dann sozusagen danach Monster abschlachten. Soll ich mich draußen hinstellen? 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 Soll ich jetzt mal mit Erde zu? Mach einfach so, wie du denkst, wie es richtig ist, aber nein. Ah, ich hab mich draußen hinstellen. Nee, das muss ja als Lücken halt. Dann mach ich das zu. Nein! Nein! Schnell. So. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ich bin schon da. Also, ich bin zwei Meter vom Haus entfernt. Na gut, vielleicht 20, aber... Ja. 20. Ja, 20. Einseitig. Ja, natürlich. Ich schau mal runter, wie sieht's denn hier? Ach, Mensch. Oh, schick. Ja, genau so hab ich mir das gedacht, dass wir dann so nach links und rechts so Abzweigungen machen. Weißt du, wie ich meine? Dass es sozusagen nur im Gang im Keller ist, wo es dann so nach links und rechts geht. Achso. Ja, das wär... Ich werd aber trotzdem erstmal den ganzen Keller ausheben. Ja, na klar. So wie im Letztshow. Sag, kannst du dir erstmal schnell schlafen gehen? Äh, ja. Warte. Ich seh mir jetzt mal kurz ein. Schick mich da schon hin. Warte, Chris, nein. Hi. Ups. Ach, schade. Ich hab's nicht geschafft. Ich wollt's eigentlich nochmal den, den Slogan hinschreiben. Ja. Hannah, how do you never stop the game? You never stop the game. Ja. Das ist ja alles, was ich mich verstehe. So, you never stop the game. Tut mir leid. So. Da sind wir noch... Oh, man. Das macht doch so keinen Spaß. Warum hab ich eigentlich... Birken... Achso, Birken ist jetzt nicht. Ach, das ist Sarkazien. Ah, du hast hier mal die... die Kiste sortiert. Okay, schick. Okay, wir sind bei 15 Minuten. Das stimmt. Kann ich nur bespätigen. Jetzt müssen wir diese Folge schon beenden. Ja, zwei. Ich hab ja vorgenommen, zwei Folgen. 15 Minuten. Ja, ja. Mhm. Oh, sieht das schick aus. Mhm. So, da helfe ich dir derweil immer noch so ein bisschen hier mit wild rum. Oh Gott, das ist lange irgendwie. So. Setz dich mal hier hinten in die Fackel. Ach, und den Chase selber weiter. Und, ja. Wenn's dir gefallen hat, lass eine positive Bewertung da. Und gerne auch ein Abo. Ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Tschüss.